Frauenorte Sachsen Eine Entdeckungsreise durch die bewegende und vielfältige Frauengeschichte Sachsens. Mit Frauenorte Sachsen wird erstmals Stadt- und Regionalgeschichte aus der Sicht von historischen Frauenpersönlichkeiten lebendig. Frauenorte ist eine Würdigung von Frauen, die besondere Leistungen vollbracht haben. Und zugleich eine kritische Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen. Landesweit existieren mehr als 20 Wirkungs-, Geburts- oder Wohnorte mit Gedenktafeln, die über das Leben und Wirken von Frauen informieren. Und ständig kommen neue Orte hinzu. Entdecken Sie Sachsen aus einer neuen Perspektive. Frauenorte-Sachsen.de